servus mannheimer normalerweise findet jedes jahr sport und spiel am wasserturm statt dieses jahr ist das leider nicht möglich der sportkreis mannheim hat sich dafür was interessantes überlegt damit ihr trotzdem in form bleibt und zwar einen virtuellen sportkreislauf in dem ihr fünf kilometer abspulen könnt alles was sie dafür tun müsst ist euch auf www.sportkreis-ma.de anzumelden euch eure startnummer abzuholen und anzugeben für welchen verein ihr lauft bestenfalls natürlich für unseren sv waldhof natürlich könnt ihr dann auch tolle preise gewinnen ganz viele verschiedene sachen auch von unserem verein tolle sachpreise von daher macht mit seid aktiv und toi 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 damit ihr auch einen preis gewinnt also liebe grüße ciao ciao